Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil. Ja, jetzt nach einer Woche Urlaub geht es jetzt endlich mal weiter. Da werden wir jetzt die Batterie mit. Und Säuregranaten. Jetzt schon mal, ich muss jetzt erstmal überlegen, wie es weitergeht. Ich habe alles vergessen. Ich habe alles vergessen. So. Wir gehen aber... Die Tür ist kaputt, da wurde sie... Warte. Gibt es hier noch eine Tür? Wir nehmen den Aufzug. der Gang dahinter warten. Das sind zwei löser Figuren. Die Tür ist ja gar nicht. Das ist okay. Das ist das okay. Das ist eine dritte Musikkommission. Aber die Tür ist schön, aber die Tür ist ein frucht. Was? Du bist ein frucht. Genuglich? Ich werde mir daselachen und was jetzt schon wieder existence. Ich werde dir nicht sagen, Und wir sind das bieten. ja der steht ja auch bald auf scheiße oh das war jetzt liegen bleiben ich würde gar nicht gefragt ob das eine Leiter ist ob ich dich aufsteigen möchte lauf ich hier grad überhaupt richtig ach ich komme hier gar nicht mehr raus stimmt ja ah ne das war die falsche richtung wie jetzt schon na toll ich muss mich heilen denn, verdammt. Nein, nein, nein. Wieso kann ich das nicht kombinieren? Äh. Okay. Okay, ist mir neu, dass ich das nicht kombinieren kann. Ach, mit dem grünen geht das nicht. Wer darf? Ich muss gucken, dass ich in die Haupthalle komme. Die Musik heißt schon wieder nichts Gutes. Das ist bestimmt ein Hunter oder sowas. Sag ich's doch. Aber gekonnt ausgeweicht. Den kleinen Mistgräbchen. Gekonnt ausgeweicht. Ausgewichen. Okay. Ey, die Steuerung spinnt gerade. Okay. Okay. Dann kommt hier. locke. Wie im Hintergrund. äh, muss ich die Batterie eigentlich noch mal? Das ist nicht space dort, der steht da. Kommt hier noch irgendwas? Böses? Wartet mal, äh, 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 ich glaube, ich muss hier raus. Ah, hier warten doch wieder die Hunde, ne? Ja. Okay. Hau ab! Nein, nein, nein! Lass mich in Ruhe! So lang wie möglich aus. Munition sparen. Kumpel muss ich dann auch noch mal holen. Ich hab nix mehr zum Hallen dabei. Sheet! Oh, ich wusste es. Ich hab nix mehr. Naja, hier nicht. Naja, hier nicht. Ja, hier nicht. So und jetzt bin ich. Und ich bitte. Na komm. Na komm. Packst du da fest oder was? Ja. Hau doch ab Mensch. Nein. Hau doch. Oh, sind wir so klar. Na ja, na gut. Ich werde da denke ich mal offline nachspielen nochmal müssen, weil ich nicht gespeichert habe. Also ist das heute mal echt kurze Folge. Auf jeden Fall mache ich dann die nächste 10 Minuten länger. Ich wünsche euch schon nochmal einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Ich bin noch nicht so ganz fit heute. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.